Oh, das ist also die neue Rebirth-Map, ah ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, das frechste ist aber wirklich, ne, das finde ich am allerfrechsten, dass man, dass man einfach, also, die haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht und nur diesen Part, warte mal, wie fliegen das Flugzeug, ich hab jetzt nicht, die Zone ist auch noch hier so halb im Wasser, bitte nicht, ne, aber das frechste ist halt wirklich, die haben ja wirklich nicht mal nur das, als Minimap genommen, sondern die haben einfach die ganze Al-Mazra-Karte genommen, warte mal, hier ist ja sogar, hier war, hier war doch, hier war doch sogar noch ein Ballon, hab ich grad gesehen, ja, guck mal, nein, nein, die Hälfte, was ist das denn, hier ist ja sogar der andere Part von Al-Mazra, ist ja sogar noch in der Zone, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte meiner ersten Runde ist einfach im Wasser Der Zug fährt sogar, nein, der Zug fährt sogar Also das ist die Hälfte Die Hälfte, der Rebirth-Map ist grad, ist grad im Wasser Und darf, wofür wurde die Map jetzt eine Woche verschoben? Das ist einfach nur ein richtig schlechtes Mini-Royal immer an derselben Stelle Also da können sie, ey, ich hab, ich hab ne richtig geile Idee Für die nächsten neun, neun Rebirth-Maps Äh, einmal League Airport, wär richtig wild Akta Village, wie wär's mit Mavice Marschlands Oder Rohan Oil, boah, wären das kranke Rebirth-Maps, neue vor allem auch Das ist doch geistig krank Die Hälfte der ersten Zone ist einfach nur im Wasser Mit anderen Worten wird jetzt gleich alles Nur Wasser sein Also Wie kann man, wie kann man denn Das ist wirklich so Junge, so hab ich meine Hausaufgaben in der Schule gemacht Genauso So in der letzten, in der letzten Sekunde Scheiße, wir müssen Hausaufgaben machen Ich mach jetzt irgendwas jetzt noch schnell Mit einer Woche Verspätung Was ist das denn schlecht Guck mal, da will ich auch die schöne Map angucken Ne, der will gar nicht landen Das Problem ist ja, es ist ja nicht mal ein geiler Part von einem Masra Das ist ja auch noch mit der schlechteste Part von einem Masra Kein Mensch will hier fighten Berechtigterweise, weil es einfach kacke ist hier Es leben noch 30 Leute Es leben noch 28 Leute gerade Erste Zone Erste Zone Oh, wie geht das? Oh, wie geht das? Und schon, mir fällt ja auch jetzt, wo ich gerade hier bin Das Schlimmste daran ist ja auch noch Das ist ja sogar schon recycelt Das ist ja, das ist ja sogar schon ein Part aus dem Multiplayer Wie schnell bin ich gestorben? Hä, was passiert jetzt? Es ist ja alles falsch gerade Es ist ja alles falsch, hä? Das ist einfach schon recycelt aus dem Multiplayer Kam trotzdem eine Woche zu spät Und ist auch noch so verbuggt, dass man, dass die Hälfte Einfach nur Wasser ist Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Mein PB sagt Also Man kann Also das ist jetzt wirklich Das ist jetzt 100% Real Talk Man kann nicht noch weniger Liebe in sein eigenes Spiel stecken Die haben doch, die haben doch mit dem eigenen Game losgelassen, oder? Ich sag euch ganz ehrlich Infinity, Infinity Ward Ja, ich hab Infinity Ward geliebt Die haben die ganzen alten MW-Reihe Die ganzen alten MW-Teile COD4 MW2, MW3, ja Das sind wirklich Ich schreibe da jemand in den Chat Das ist ja alles Das ist ja alles Ich kann die Tür nicht zumachen Guck mal Warzone 2 Ich kann die Tür nicht zumachen Ich kann die Tür nicht Jetzt kann ich sie schließen Ich muss allein bestimmen Man sieht gerade so perfekt Wie schlecht dieses Spiel eigentlich gerade auch ist, ne? Was ist das? 1000? Nein, nie gesehen Ähm Ich habe Infinity Ward wirklich als Entwicklerstudio geliebt Als die COD4, MW2, MW3 Die alten Teile, ja Diese ganz alten CODs Das hört man nicht Ähm Ich habe dieses Entwicklerstudio wirklich geliebt Ja, ich fand MW immer besser als Black Ops Und äh Aber ich finde Infinity Ward hat jetzt wirklich mit dem neuesten Mit dem neuesten Warzone Und ich Die haben ihr Recht verloren Jemals wieder für COD was machen zu dürfen Also wie kann man denn als Entwicklerstudio so wenig Liebe In ein Game stecken Jungen, sie haben es geschafft Von größten gehypten Battle Royale, ja? So ein Riesenhype komplett zu versauen Dass, äh Warzone in einem Alltime Low ist Nach Caldera nochmal noch schlechter zu machen als eh schon Wir haben am Ende von Caldera Wir haben am Ende von Caldera gesagt Es kann nicht noch schlimmer kommen Es kam noch viel schlimmer Nur Caldera ist ja Im Gegensatz zu der Kacke hier Ist ja wirklich ein Meisterwerk Ein absolutes Meisterwerk Also, sie haben ja Und ich dachte schon Ich dachte schon Warzone 2 kann nicht noch schlimmer werden Aber jetzt bringen sie diese Map hier Guck Die Hälfte ist einfach Wasser Diese Map bringen sie jetzt Als neue Rebirth Map raus Avocado, sag ich schon Das hat einen sechsten Monat Äh, Dome, ja Wir können, wir können, wir können gleich Ja, sorry Ich hab gar nicht auf Handy geguckt Moin, Sunny auch Also, das Ich weiß nicht, was ich das sagen soll Ich bin wirklich einfach Also, das ist Das ist einfach nur Geisteskrank Ich find's auch frech Sag ich euch ehrlich Ich find's frech Warum hab ich Alamid bekommen? Das ist ja auch einfach nur Mini-Royal, ne Wie gesagt, das ist ja Es ist ja die ganze Masse mit Das ist einfach nur Mini-Royal an dieser Stelle Das ist ja einfach nur Mini-Royal an dieser Stelle dort Und es ist ja nicht mal ein geiles Mini-Royal Also, die Stelle ist ja nicht geil Wenn's wenigstens Hydro wäre Oder Rohan oder so Wenn's wenigstens ein geiler Ort wäre Ne Es ist einfach ein Mini-Royal an einer misslichen Stelle Und Rundes vorbei ist Warum haben die für die Woche sogar noch eine Woche Äh, warum haben die sogar für die Map noch noch eine Woche Sechs Kills hab ich geklappt Äh, Runde ist fast nicht Ich kann mir jetzt die Karten-Mini-Map angucken Ich kann gerade Touchpad nicht drücken Bei Touchpad passiert gar nichts Wie kann ich jetzt die Mini-Map angucken? Kann man die Mini-Map jetzt irgendwie angucken? Geht nicht, ne? Ich glaub, es geht grad wirklich gar nicht mehr Irgendwie noch Mini-Map anzugucken Aber wir haben eine Helmkamera Immerhin, ja Und die geben mir auch wirklich alles Die wollen unbedingt diesen Die wollen jetzt unbedingt diesen Win haben Auf dieser Der Null Kills wieder Auch Null Kills Null Kills, Null Kills Vier Kills Und vier Kills Bei einem Team Was, äh, relativ Also ich würde jetzt einfach mal sagen Würde relativ offensiv spielt Und auf Kills geht Ähm, die haben insgesamt acht Kills In der Endzone Oh mein Gott Hat der einen Kragen Guckt, ist ja sogar ein Sweater hier Der eine hier mit dem CDL-Skin Den wir jetzt gleich zugucken Hier, der Atlanta Face-Skin hat der ja sogar an Hat fünf Kills Oh krass, dass er überhaupt noch den Job benutzen konnte Obwohl der ja schon halb in der Zone ist Die Runde ist ja schon fast vorbei Wie lange geht denn die Runde? Zehn Minuten? So kurz ging doch noch nie Eine Re-Buff-Runde, oder? Das ist, äh, ich weiß nicht Also ich bin, ich bin auch ein bisschen sprachlos Muss ich sagen Also ich finde Wie gesagt, Warzone hat jetzt schon viel Scheiße rausgebracht Viel Kacke gebaut und so weiter Aber ich finde, das ist, äh Ich finde, das ist Die größte Frechheit, die jetzt in drei Jahren Warzone jemals passiert ist Mit, mit der Map hier Das als neue Map zu verkaufen Dass sie halt nicht mal Wie gesagt, ich hab jetzt gedacht Dass die wenigstens So ein paar Häuser ändern, ja? So ein bisschen Dass man da jetzt nicht lang laufen kann Oder dass jetzt ein paar mehr Häuser hinzugefügt wurden Oder dass, also das hat dieses Grundgerüst von diesem alten Wacker Fortress halt genommen wurde Und dann halt einfach größer gemacht wurde Weil es ja auch ein viel zu kleiner Part vermiedert Wie ihr ja sehen könnt Die Runde ist nach zehn Minuten vorbei Nein, es ist einfach nur Es ist einfach nur ein Mini-Royal Auf V-Rose Steuerung C, Steuerung V Auf den schlechtesten Part von einem Maseram-Map Ich freu mich so auf GTA 6, ey Ich freu mich so sehr, wenn ich hier nie wieder COD spielen muss Und wurde auch noch in eine Woche verschoben Ja, das ist nicht der beste Vater dann Ich frag mich halt, wieso? Wieso wurde das in eine Woche schon? Das werde ich niemals verstehen Weil es der langweilig zu win, die ich auch immer so mein ganzes Leben gesehen habe Und ich sage auch von den Jungs hier war das auch der langweilig zu win, den sie niemals in dem hatten Warum ist deren Heli? Anders haben sie mich nie gesehen Wow Wir können nur hoffen, wir können nur hoffen, dass Dass Ich hab den neuen Entwickler wieder vergessen Sledgehammer Games Wir können nur hoffen, dass Sledgehammer Games wenigstens ein bisschen Bock hat Ein besseres COD rauszubringen Mal wieder ein bisschen Also von den Sachen, die geleakt wurden, klingt das auch wirklich ganz gut Ich hoffe, also Ich meine, wir haben es bei Caldera schon gesagt Und ich traue mich, diesen Satz auch gar nicht mehr auszusprechen Deswegen, aber Noch schlechter als jetzt kann es eigentlich werden, oder? Ich traue mich gar nicht, das auszusprechen Aber eigentlich Eigentlich Kann es nicht noch schlechter werden Eigentlich Aber wir werden wahrscheinlich eines Besseren belehrt Hoffentlich nicht Hoffentlich Kann man Warzone wieder irgendwie auch nur ansatzweise wieder spielen Das wäre ganz geil Ich klopfe nochmal auf den Tisch Und hoffen, dass das letzte Mal games da wenigstens war Ciao Ciao Ciao